Ich sag mal so, ich wusste ja nicht, dass Schalke 04 auch Handball spielt. Das ist für mich total... Ja, komm hier, Leute, wir haben uns hier noch. Freunde, hallo, ich der Kaiser. Ich muss ja sagen, hier ist ja eine bessere Stimmung wie bei der Weihnachtsfeier. Ja, ich muss sagen, es ist eine Wahnsinnsstimmung, auch wenn noch nicht so viele Zuschauer da sind. Ich war extra noch mal beim Friseur heute, wie man sieht, damit ich auch ein bisschen gut rüberkomme. Weil ich habe gehört, beim Handball sind noch mehr Frauen da als beim Fußball. Aber es wird heute hier wirklich gute Spiele geben. Es ist ja hier Island da. Und noch nicht sagte einer zu mir, du musst da rein. Ich sag, wo rein? Nein, nicht da rein. Bar rein. Ach, Bar rein. Ja, stimmt, die spielen ja heute auch. Und die sind da drüben. Also ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Und dann haben wir heute noch weitere Spiele. Also ich freue mich drauf. Und ganz ehrlich, Olympiahalle findest du immer einen Parkplatz. Immer. Als Pep Guardiola, ich sage, Handball, das ist für mich wirklich ein super, super Sport. Und Olympia, die Halle, ist mir sehr gut. Und das geht'S! Vielen Dank.